Oberpfalz TV präsentiert Sommer in der Stadt 2023 Das bedeutet ein buntes Programm mit internationalen Künstlerinnen und Bands vor der malerischen Kulisse des Landesgartenschau-Geländes in Amberg Dieses Jahr als Headliner mit dabei Albie Donnellys Supercharge Before I was born You got a boy child come Direct Jamram Und viele andere Seid dabei und feiert drei Tage lang wie im Urlaub und das ohne Eintritt Dafür mit toller Musik, leckerem Essen und kühlen Drinks Sommer in der Stadt vom 4. bis 6. August auf dem Landesgartenschau-Gelände in Amberg Mehr Infos unter www.sommer-in-der-stadt-amberg.de www.sommer-in-der-stadt-amberg.de www.sommer-in-der-stadt-amberg.de